Mein Name ist Jens Baumgart-Verheerer. Wir sind hier südwestlich von Hannover im schönen Schauburger Land. Wir bewirtschaften unsere Betriebsgemeinschaft Agrarpartner Gbj 650 Hektar. Zudem sind wir in einer anderen Gemeinschaft mit einer Biogossanlage 1,3 Megawatt. Dafür haben wir hier unseren 8300 Jondair mit einem Köckerling Vektor drüber, 6,20 Meter. Hauptsächlich tiefe Bodenbearbeitung. Wir haben jetzt ungefähr 500 Stunden ein Nokian Solking in der Testphase laufen. Wir sind damit bisher sehr zufrieden. Wir müssen, wie gesagt, tief arbeiten, grubbern, tief flühen. Die Traktion ist sehr zufriedenstellend, sodass wir bisher keinerlei Mängel feststellen können.